Hallo und herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Ich bin Anja Jeffries und ich begleite Menschen dabei, endlich von ihrem Kopf ins Herz zu kommen. Und in diesem Podcast heute geht es um das Ego und was das Ego mit dem Knast zu tun hat. Um diese Frage zu beantworten, möchte ich kurz erklären, was man eigentlich unter Ego versteht. Ego ist das Ich, die Person oder die Persönlichkeit. Es ist das, womit wir uns identifizieren. Identifizieren können wir uns nur mit etwas, das wir kennen, was uns bewusst und vertraut ist. Doch grundsätzlich besteht das Ich aus festgefahrenen Programmen aus der Vergangenheit. Und Programme sind Glaubenssätze, Annahmen und Einstellungen. Davon nehmen wir allerdings nur das wahr, was uns das Unterbewusstsein ins Bewusstsein schleust. Das sind nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen lediglich 5%. Die restlichen 95% sind und bleiben unbewusst und steuern nichtsdestotrotz unser Leben. Wir alle wollen also mit 5% unser Leben steuern, vielleicht sogar ändern und haben eine Gegenkraft, die weitaus stärker ist. Dass das häufig in die Hose geht, liegt auf der Hand. Denn wenn wir immer das Gleiche denken und fühlen und aus den 5% schöpfen, werden diese im Gehirn immer stärker verankert. Da hilft weder Beten noch Flehen oder Wünsche ans Universum schicken. Wenn wir das Ego loslassen, können wir etwas Neues erfahren und kreativ unser Leben gestalten. Denn echte Kreativität geschieht auf einer ganz unpersönlichen Bewusstseinsebene, da wo es still ist, weil da niemand ist. Und hier ist die Lösung. Wir müssen in dieses unbewusste System vorstoßen, das uns steuert. Und durch neue Glaubenssätze, Annahmen und Einstellungen, die für uns positiv und förderlich sind, ergänzen. Schritt für Schritt ändert sich dann unsere Identifikation und Assoziation und wir entwickeln uns zu einer anderen Persönlichkeit. Die Gewohnheiten unseres alten Selbst werden durch neue Gewohnheiten eines neuen Selbst ersetzt. Alte neuronale Verbindungen werden blockiert und durch neue ersetzt. Im täglichen Leben bedeutet das, dass wir zum Beispiel alte schmerzhafte Emotionen einfach vergessen, alte Themen loslassen und unseren Fokus immer mehr auf das richten, was gut für uns ist. Je mehr wir uns in einem positiven Licht sehen, in einem Leben, das uns gefällt, desto mehr werden wir neue Gedankenwege kreieren und unsere Wahrnehmung wird sich entsprechend ändern. Daher sollte man nicht sein Licht unter den Schäffel stellen. Voraussetzung ist sie doch, einen Raum zu schaffen, in dem der Geist freier werden kann. Das schafft man zum Beispiel in der Meditation. Das kann klassisches Meditieren sein, durch diese man selbst bewusst wird, oder geführte Meditation, wie in meinem Shop zu finden sind, die dabei unterstützen, Gedanken in eine positive Richtung zu steuern. Durch Meditation untersprechen wir die Schalen unserer Persönlichkeit, Identität bzw. Egos und werden frei, um kreative Lösungen zu finden. Das ist ein Weg aus dem Knast, der uns das Ego beschert und uns unbewusst steuert. Also was ist zu tun? Verlernen, was nicht mehr passt Neues förderliches Lernen Alte Gewohnheiten durch neue ersetzen Einen systemischen Blick wagen und das Unterbewusstsein mit ins Boot nehmen Negative Emotionen auflösen Freien Raum schaffen durch Meditation Kreativität fördern durch geführte Meditationen Für jeden dieser Punkte kann ich Sie als Coach begleiten oder Produkte aus meinem Shop anbieten Steigen Sie aus dem unbewussten, fremdgesteuerten Leben aus und finden Sie einen Lebensweg, der wirklich zu Ihnen passt und Ihnen Freude macht Und ehe Sie sich versehen, macht es schwupps und Sie spüren Oh, ich bin im Herz angekommen Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen Ihre Anja Jeffries Und das wünsche ich Ihnen zu sch carrotel Bitte Und das wünschen Sie die Oh, ich bin im Merde